Servus Athleten, ich bin der Flo. Schön, dass ihr wieder dabei habt. In unserem Workout heute haben wir 4 M-Raps ab 4 Minuten. Unsere Übungen sind 32 Mountain Climbers, 16 Jumping Lunges, 8 V-Ups. Skalierungen zu den V-Ups sind Tuck-Ups oder Sit-Ups. Und 4 Single Arm Man-Maker. Zu den Man-Maker, wenn ihr kein Gewicht daheim habt, dann sind Bodyweight Man-Maker möglich. Zu dem haben wir auch in unserem Channel ein Video. Ansonsten halt mit Dumbbell, Cattlebell oder das Gewicht, das ihr daheim habt. Zum Ablauf, wie gesagt, das sind immer 4 Minuten M-Rap. Nach den 4 Minuten haben wir Minuten Pause. Dann kommt wieder das nächste Set 4 Minuten M-Rap. Und davor haben wir insgesamt 4. Das heißt, jede Wiederholung gezählt. Gebt es Gas in den 4 Minuten. Danach ist immer 1 Minuten Pause. Und genau. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und lasst es grauchen. Führt euch! F Anschluss ist Podcast!